welcome back liebe survival freunde da draußen vor euren bildschirmen zu einer weiteren tatkräftigen folge survival fountain of use schön dass du da draußen wieder mit am schnitzel bis denn wir werden heute einiges voranbringen einiges craften denn ich habe es oft noch mal ordentlich ressourcen gefarmt wie man sehen kann sieht man hier vier kisten alle vollgestopft mit schönen sachen dieses leben schöner machen und ja ich zeige euch jetzt erst mal was ich so alles gesammelt habe fangen wir mit der kiste an also ich habe jetzt wirklich in dem paar tage verbracht das ist ja alles sehr zeitintensiv aber ich habe einiges zusammengebracht also hier habe ich die kiste für sagen wir mal hier nahrungseinheiten und werkzeuge ausrüstung auch so ein bisschen mit drin genau ja kiste nummer eins wäre das dann haben wir jetzt hier eine kiste mit dem basic ressourcen dann habe ich auch schon einiges gesammelt wie man sehen kann auch an stöcken habe ich jetzt einiges hier lange stöcke alles mögliche lian habe ich auch noch mal gefunden dann haben wir hier ein behälter mit so ein bisschen schwereren ressourcen sage ich mal mit lehmsteinen obsidian etc pp noch noch mal ein bisschen tiere jagen spezifisch halt diese wölfe auch wegen den sehnen und hier haben wir einmal noch eine kiste voll mit blumen kreten knochen skorpionen ja hier ist so ein bisschen auch so ein mix hier habe ich noch eine bandage und sich schon mal vorgecraftet und was wir jetzt im grunde in dieser folge als allererstes machen denn wir wollen ja auch ein bisschen voranschreiten ist neue werkzeuge zu machen und zwar hätte ich jetzt geplant wir nehmen hier einmal obsidian war das jetzt obsidian da brauchen wir glaube ich einen großen stein wir haben auch leider nur einen da aber den brauchen wir jetzt was wollte ich doch mal irgendwas mit sehnen wollte ich noch machen hier immer mal zwei sehnen ich glaube leben brauche ich noch drei stück an der zahl denn ich habe jetzt vor erst mal ein bisschen werkzeuge zu kraften wir brauchen nämlich eine säge und diese säge sehen wir hier und zwar die stein säge aber natürlich ist jetzt wieder nach dementsprechend haben wir wieder verletzungsgefahr und dementsprechend glaube ich legen wir uns jetzt einfach noch mal schlafen aber bevor wir das machen ich glaube ich gerne noch mal das restliche fleisch hier durchbraten ich habe hier nämlich noch dreimal roh ich habe auch noch eier ach so ist nur eins okay dann nicht spiele habe ich an sich schon mal ich habe ein bisschen vorgebraten bananen habe ich gefunden habe ich so schakaltrophäen noch mitgenommen und andere diverse schöne sachen ich glaube mehr können wir gar nicht aufs feuer werfen bis erster das heißt wir machen jetzt hier schon mal das feuer noch mal an zunde habe ich vergessen zum da habe ich hier drin ich nämlich extra als normal pilzzunder geholt ist nämlich auch nicht schlechtes zeug und ist 24 minuten so brennstoff hinzufügen ja wie lange wir brauchen wir machen das erst mal drei stunden hoffen das ist auch an die klappt da es hat funktioniert und dann machen wir jetzt noch mal gebratenes fleisch wir brauchen 40 minuten vereins wir haben eine dauerform zwei stunden 50 2 stunden 40 ja passt ja auch durch das zeug mehr habe ich jetzt auch erstmal hier gar nicht kartierung glaube ich habe ich noch oder hatte ich noch kartierung eine es gibt an sich auch eine bessere kartierung die wollte ich auch noch machen die wir auch wichtig da braucht man dann nicht mehr ganz so lange um ein weiteres stück der karte aufzudecken weiß nicht sonst brauchen wir durch drei stunden vielleicht dauert das dann mit dem an neuen werkzeug dann zwei keine ahnung wir werden es dann sehen auf jeden fall haben jetzt erst mal wieder genug zu essen wir gönnen uns auch bei normalen haben und dann hätte ich gesagt gehen wir pennen vier stunden bis zum neuen tag das reicht mir auch vom energielevel her sieht doch schon mal ganz gut aus ok dann crafting ich hätte jetzt gerne einmal diese stein säge dafür für euch die normale bank ok habe ich jetzt go also wir kräften als erstes ein bisschen durch ich werde meinen ganzen tag noch kräften die ganze nacht noch oder beziehungsweise dann pennen gehen wir brauchen noch ein paar sachen das nächste was ich haben möchte ist hier ist eine angewehr eigentlich auch mal ganz geil genau dafür bräuchte ich die sehne sehnen faden aus 26 8 ist gerbe werkbank gerbe werkbank das wird noch dauern okay also angel ist erstmal nicht schreinerei auch nicht weil dafür brauchen wir dann schaufel um diese baumstämme auszunehmen schaufel kriegt man glaube ich nur mit irgendwie langen stecken und speziellen stecken die müssen mit der säge abbauen was wir allerdings noch machen können sind langer stock lianen seil wo war das jetzt es gibt halt hier auch echt viele sachen zu machen wo war ich denn jetzt angekommen ach so diese kohle meier wollte ich auch mal machen dann können wir nämlich kohle machen und ich denke mal kohle ist zum anzünden schon das an sich beste was man haben kann das problem hier drin ist ich kann nicht überall bauen wenn ich draußen baue auf jeden fall dann noch eine abdeckung ich weiß nicht ob das ding dann es kann dann nämlich kaputt gehen wir bauen jetzt hier auf engsten raube das passt dann schon guck mal hier geht er rein das ist doch cool dann haben wir das auch noch durch geballert wird es schon wieder dunkel geht so was braucht man jetzt an sich dafür kleine stöcke brennstofftyp chance auf entzündung immer mal zu brennstoff fünf tage ja ok das machen wir dann wenn wir es brauchen glaube ich das schauen wir uns dann erst an wenn wir es wirklich brauchen ich glaube ich hatte schon mal irgend so ein heilmittel oder so gefunden ich glaube irgendwie so einen schlangen trank habe ich noch gefunden aber den habe ich dort gelassen wo ich ihn gefunden habe denn da werde ich mit euch gemeinsam hingehen ok was können wir noch machen so eine kartierung kostet mich einen stock und lagerfeuer das ist aus egal wir haben noch eine ach genau obsidian speer wollte ich noch machen dafür brauche ich eine obsidian klinge und die geht in der werkbank werkbank ach dafür brauche ich schon hammer ok dann hat sich das auch erledigt hammer haben wir nicht hm das würde ich noch mal einen bogen an sich weiß nicht ob das wirklich was bringt wohl verursacht mindestens 30 schaden pro schuss aber da kommt es dann glaube ich auch wieder auf die pfeile darauf an wir machen mal einen so bogen ist auch am start das ding ich glaube ich muss hier einreißen ich brauche hier dann mal den platz dann noch so also obsidian fällt raus irgendwas wollte ich noch mit den sehnen machen aber ich wollte einfach nur sehnen faden ok ne das geht nicht was hätte ich mir jetzt noch zurechtgelegt an ressourcen eigentlich sonst nix mehr oder so ein laubdach vielleicht noch machen damit ich draußen dann noch was bauen kann ne den heute trockner wollte ich noch machen es gibt auch was irgendwie um fleisch zu trocknen aber da fehlt mir auch noch irgendwas so der trockner wo ist er denn hier haben wir den nämlich auch schon mal ja jetzt wird es dann langsam ein bisschen eng hier im kleinen kabuff da kann ich das hier noch irgendwo so ja das ist erwartet ich baue jetzt draußen einfach nochmal so eine überdachung ey wie sind dann schon wieder alle stücke an sich weg schmalte blätter brauche ich noch so platzieren können wir hier draußen nämlich auch noch ein bisschen was platzieren das finde ich halt dann schon irgendwie cool hier geht leider nichts hin hier will wir das hingehen ist doch eigentlich ganz cool oder so blöderweise habe ich jetzt das noch ändern einander nehmen und bewegen sehr gut das muss dann auch hier eigentlich ordentlich ist dann nicht hin bauen grundsätzlich kann ich eh noch nicht bauen weil nix hammer nix geht fischgrätenadel war auch irgendwie für heilung oder sowas na klar jetzt fehlen wir natürlich wieder stücke die stücke ist schon sehr intensiv hier ich werde alle mitnehmen hier brauchen wir dann noch genau diesen baumstamm ach ich habe übrigens habe ich jetzt nochmal das bessere bett gebaut das habe ich mir jetzt schon mal vorab rausgenommen wir können das hier eigentlich jetzt einfach das ist schön unter dem dach ist ich muss einfach hier hinsetzen es fehlt noch seide habe ich dann noch welche klar ich habe doch alles da alles was ich vorbereitet habe ist schon wieder weg aber gut dafür haben wir jetzt ein paar neue sachen spielzeuge wähle einen baumplan aus kein bauplan gefunden versteckte nicht freigeschaltete rezepte getrocknete haut ich schalte die an sich frei ich habe doch habe ich nicht irgendwo haut rumliegen ich habe doch hier frische haut kann man hier die frische haut frische vorhaut kann man hier nicht aufhängen was fehlt mir denn da frische haut verarbeitete haut dafür brauche ich ah die gerbewerkbank ok das heißt das ist auch zukunftsdenken da können wir jetzt noch gar nichts machen gut legen wir erstmal wieder alles ab hier soweit jetzt haut war hier karlhaut frische haut ne haut war hier jetzt versuche ich natürlich auch schon immer so ein bisschen das alles wieder richtig zu ordnen das lianenseil hätte ich mal gesagt nehmen wir mit den zunder der kann noch weg stock kann eigentlich auch mit essen können wir das stehen wir beim essen 78 brauchen wir noch nicht trinken brauchen wir und energy das heißt wir kräften jetzt auch noch mal dreimal was zu trinken leider wird jetzt hier vieles vergammeln muss man sagen die banane können wir uns noch reinzimmern war nicht noch irgendwas mit diesem leben topf schau uns das mal an baupläne brenn oben an dem was nicht ja erstmal ein bisschen kräftel oder erstmal müssen wir ein bisschen vorankräften vorankräften so jetzt war ich schon fast wieder dunkel oder vielleicht holen wir noch mal ein paar lange steckers so ein behalten wir mal so bogen wir bräuchten natürlich dann auch noch dementsprechend pfeile da gibt es jetzt verschiedene hölzerne pfeile ganz klar normales holz aber hier steht halt nur verursacht nicht weniger als ein schaden pro schuss der bogen selber macht 30 habe ich das richtig verstanden das wird dann addiert stein pfeile bräuchten steine verursacht mindestens vier schaden pro schuss verwenden munitions platz packen den muss ich glaube ich auch noch craften knochenpfeile auch knochenpfeile würden sich schon wieder lohnen kann blutung verursachen auch knochenpfeile sind schon echt mega aber hier bei steinpfeilen bedeutet das aus einem kraft kriege ich dann drei raus ist es bei allen so oder ich glaube schon oder es ist einfach noch falsch programmiert hier dass es nicht angezeigt wird drei pfeile pro kraft könnte ich mir durchaus vorstellen vielleicht probieren wir es einfach mal aus es ist schon dunkel kurz vor dunkel das heißt wir probieren das jetzt nochmal schnell also pfeile und fadern und fadern wo haben wir denn fadern fadern können wir nämlich eigentlich dann schon mal mit dem bogen losziehen und den mal ausprobieren knochenpfeile so ist halt jetzt die frage wenn ich jetzt in die nacht rein crafte achso ich kann achso ich brauche noch stücke ich habe jetzt nicht mehr lange bis dunkel ist ich crafte jetzt mal in die nacht rein mal gucken ob ich mich verletze oder nicht grundsätzlich glaube ich kann man sich aber nicht verletzen bei manchen sachen kann man sich ja auch nicht verletzen muss ich immer drauf gucken machen wir mal drei stück kräft so was kam jetzt dabei raus drei pfeile nur also wirklich ein ne das ne ne das kann nicht sein machen wir nochmal zwei jetzt ist wieder chance auf verletzung also man kann in die nacht an sich rein craften dann passiert glaube ich nix aber in der nacht selber geht dann nix mehr ok dann räum mal wieder auf hier ähm wir sind bei 28 kilo wir haben hier zwei steinschneider brauchen wir ja sehr häufig steinachs kann ich mal kurz austauschen habe ich hier noch eine kule drin ähm die säge brauche ich brauche alles ich brauche eigentlich wirklich alles so dann würde ich sagen pennen gehen war eigentlich brauche ich gar nicht so lange pennen was mache ich dann die nacht über was kann man denn nachts machen wenn man eh so gut wie nichts craften kann oder sammeln kann was kann man denn nachts eigentlich machen ok ich penne jetzt mal so dass ich auf 100 bin ok na klar was sonst leckere regen schön aber so an sich geht es mir eigentlich gerade ganz gut Stück karte eines einheimischen ich glaube ich habe noch eine karte gefunden ja dokument ansehen nebenbei doch das kennen wir glaube ich schon notizen zu indianischen artefakten haben wir schon gelesen glaube ja grotte wo ist denn eigentlich die grotte halte ich war schon 19 minuten hier rum mit crafting und so ist so krass wie schnell die zeit hier vergeht wahnsinn eigentlich will ich wieder raus abenteuer erleben so gucken wir mal bräuchte ich noch einen waffenslot dafür bräuchte ich eigentlich den gürtel den krieg ich in der wertbank fügt ein waffenplatz hinzu das heißt da brauche ich noch einmal die jahren sei das war noch und das war noch das ist richtig ja jetzt muss ich nur schauen ich weiß nicht wie ich die kräften kann ohne mich zu verletzen steht jetzt an sich er ist bei der gürtel jetzt steht hier nichts dass man sich verletzen könnte aber sowas geht dann schon muss ich mich dann ein bisschen durchgucken so und die säge habe ich gebaut damit wir hier bei belaubten bäumen können wir hier große äste runter sägen die brauchen wir für vielerlei sachen das kokosnussgefäß wäre eigentlich auch nicht schlecht mal ok also würdel nochmal ein blättchen so kann ich kräften passiert nichts alles klar gut hat auch aufgehört zu regnen sehr schön das heißt ich habe jetzt ein gürtel habe dadurch einen slot waffe mehr wir machen jetzt hier mal den bogen rein und dann glaube ich bin ich eigentlich startklar so dass auch immer wichtig dass man einen stein dabei hat und an sich ja mal so zwei äste kleinen stock kann man auch immer gebrauchen ja cool dann kann es jetzt endlich losgehen alter geil 20 minuten gecraftet jetzt können wir dann durch starten aber das schöne ist der tag hat jetzt gerade wirklich frisch gestartet ich bin eigentlich super gut gerüstet ich nehme nur noch eine äh äh wo ist denn die drei kokosnüsse gecraftet leute hier eine nehmen wir noch mit auf auf neue abenteuer werden uns erwarten jetzt muss ich mal gucken also ich will irgendwie diese belaubten bäume will ich ausnehmen das ist halt jetzt die frage hier kriege ich nur rinde und stöcke wo laufen wir lang das ist jetzt eh bewölkt wenn es blöd läuft hängt es doch gleich wieder zum pissen an mal sagen einmal durch den dschungel schauen wir uns schon einmal durch den dschungel ist zwar super gefährlich ihr bleibt pflegeleicht hoffe ich oder der stellt sich mir aber auch im weg ne das ist jetzt selber schuld ist ne das hast du jetzt selbst zuzuschreiben das war jetzt nicht meine Intention eigentlich aber wer nicht hören will muss halt fühlen erlaubte bäume könnte doch durchaus sein dass wir hier dann schon welche rauskriegen es ist dunkel das spiegel ist schon gut dunkel muss ich schon sagen können wir hier noch irgendwas ändern bei der helligkeit naja naja das sieht so natürlich sprinten wir jetzt hier nicht durch denn hier kann überall irgendwas sein Skorpione Schlangen ich habe auch festgestellt jetzt wo ich off-tech gespielt habe hatte ich versucht hier so ein paar sache diverse sachen zu craften während ich in dem dschungel war und wenn man hier steht und craftet ist die wahrscheinlichkeit dass ein Skorpion währenddessen deine hand hoch kraxelt und die sticht sehr hoch nur so ein kleiner tipp für die leute die es vielleicht auch spielen hier in diesem dschungel am besten nicht craften na 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 mein freund mein freund ist noch noch eine schlange ihr könnt euch hier auf jeden fall auf ein längeres let's play einstellen ich habe irgendwie auch das gefühl dass die demo dass ich da irgendwie schneller vorangekommen bin hier sind nochmal bananen lecker banane und grüne bananen nehme ich jetzt allerdings noch nicht mit die lasse ich jetzt einfach mal hier hängen haben wir nochmal eine Schlange die lasse ich jetzt einfach mal Schlange sein ich will jetzt auch nicht dass mein Speer so schnell kaputt geht das wird diesen belaubten Bäumen die will ich noch finden hier haben wir noch einen Pilz mit giftiger Pilz mit giftiger Pilz den sollte man sich dann natürlich nicht reinziehen gibt es hier irgendeine neue Baumart die ich davor noch nicht gesehen habe so Pilzzunda ist auch immer ganz gut immer noch den Lilianen Lilianenbaum den ich vorher schon ausgenommen hatte und da höre ich ein aggressives Wildschwein irgendwo das wird zuerst wieder gestreichelt werden ne das dumme ist wir halten schon gut was aus hier so wir haben einen Speer wieder du Lümmel so da können wir jetzt nochmal Sehnen rausnehmen das kann halt jetzt durchaus sein dass ich während ich hier das ausnehme dass ich gestochen werde so so Fleisch lass ich mal Fleisch sein ich probier's mal okay Glück gehabt hier ausnehmen geht anscheinend so Lilianen müssen mit ganz klar wir nehmen mal vier sagt der Tag nach es pisst aber es war zu erwarten aber Lilianen sind halt selten muss man schon alles mitnehmen hier noch irgendwas Neues hier noch irgendwas Neues da ist auf jeden Fall eine Tafel da schlendern wir jetzt mal ganz gemütlich hin lass es mal mit Absicht so die ganzen Ressourcen hier auch liegen Steine und sowas dachte es wäre eine Tafel schade äh ich glaube ich bin jetzt im Kreis gelaufen ich bin jetzt bei der alten Base auf der Höhe oder ist das hier wieder eine andere Area ja hinten ist glaube ich unsere Base da wo man Steckerle hin zeigt ja und hier waren wir schon ja hier ist noch ein großer Stein ja nehmen wir mal mit echt schon überladen wow okay wir sind bei der alten Base blöd könnten mal gucken dass wir irgendwie hier hinten rum jetzt mal so ein bisschen kommen rechts der Insel entlang na 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 nicht runter glitschen bitte bitte nicht bitte tja tja und schon habe ich wieder eine Erkältung beziehungsweise bin ich hart durchness oh jetzt geht es hier nicht lang na na den Baum könnte man an sich noch hochklettern so eine Kartierung einsetzen ach come on also sowas unsportliches habe ich ja schon lange nicht mehr in einem Spiel mitgekriegt wir können jetzt einfach mal so straight in die Richtung gehen wie gesagt durchnästen wir eh schon äh ich weiß gar nicht was wir brauchen um uns von der Erkältung dann zu erholen dass wir das vielleicht noch irgendwie fokussieren dass wir die Heilmittel schon mal mitnehmen Tabak was glaube ich nicht naja ich gehe mal Richtung Strand und ah nicht zu schnell nicht zu schnell nicht zu schnell Tabak ja Lian haben wir jetzt an sich schon eingesammelt das passt schon Paradiespflanzen haben wir auch schon Proben zu Hause dann könntest du es im Grunde auch leicht machen mit dem Regen und diese Überdachung die ich gerade noch vorher gebaut habe die kannst du ja mitschleppen und zwar so weit wie du möchtest dass du sagst ja ich bewege sie jetzt dann könntest du die einfach so mitschleppen immer mal wieder absetzen das Zeug looten wieder angreifen also hochnehmen wieder mitschleppen und dann hättest du immer könntest du dich immer unterstellen wenn es ist auch nochmal so das kleine Tipp aber da habe ich jetzt eigentlich so weniger Bock drauf ok hier an sich brauchen wir die Kartierung nicht ich habe dich schon gehört please let me go ich kann ja sowieso nicht noch mehr durchnessen oder dem her ist das eigentlich gerade ziemlich scheißegal hier ist ja richtig viel passiert hier in der Folge aber ihr müsst bedenken Leute wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht indem ich halt schon gewisse Sachen vorgecraftet habe das ist ja an sich nicht schlecht und das muss halt auch gemacht werden man muss sich natürlich auch so ein bisschen durch das Crafting Inventar durchwühlen und da rauszufinden was alles so geht wo bin ich was ist das hier für ein Strand ach come on ich bin jetzt ja man ich bin halt jetzt echt eiskalt zurückgelaufen schnug eiskalt komplett zurückgelaufen ich dachte ich wäre an einem Base gelandet irgendwie egal das heißt wir werden in der nächsten Folge werden wir dann wieder in die Richtung strahlen zur alten Base heißt aber ich stelle mich noch schnell unter bevor ich euch das zeige müssen wir nicht übertreiben hier mit dem feucht sein vielleicht kriege ich auch gar keine Erkältung wenn ich Glück habe wenn noch irgendwas interessantes ja höchstens das Ei aber an sich habe ich ja noch Spiegeleier so einmal abgeschüttelt wow das war sehr erfolgreich aber gut ist wird ist so eine Sehne haben wir gekriegt haben hier so ein bisschen Haut gekriegt Wildschweinhaut die eigentlich in der anderen Kiste drin ist können wir hier nochmal ein paar Sachen ablegen Lianen lassen Lianen lassen Lianen seien eigentlich noch dabei ne ne nehmen wir mal zwei Lianen an sich noch mit aber hier regnet es schon echt verdammt viel Leute in diesem Spiel also man merkt man befindet sich in den Tropen in der Karibik aber da regnet es doch auch so viel oder hier hier das noch ja keine Ahnung die Steckerle ein paar hier lassen mal was essen bevor es schlecht wird Stein habe ich da noch zum reparieren jo schön Leute das war es dann im Grunde gewesen für heute ja genau jetzt wird es wieder schön oder würde ich sagen starten wir gleich weiter durch also in der nächsten Folge dann aber gleich hier im Ansatz da geht es dann Richtung einmal Schlangen Schlangentrank Richtung alte Base und dann von der Base alle Base dann irgendwie rechts in den Dschungel rein und mal schauen was wir da so finden eigentlich müsste man ja mal gucken wo dieses dämliche Fernrohr ist das ist ja eigentlich hier aber eigentlich war ich da schon in der Nähe ich bin ja hier wir sind die Wölfe da werden wir dann landen und hier ist diese Grotte okay ich muss eh in die Richtung hier so rum hier so rein hier hinten bei den Wölfen also mal schauen vielleicht schaffen wir es wirklich beim nächsten Mal hier komplett einmal aus rum zu gehen bis hin zum Fernrohr vielleicht finden wir dann auch die drei Dinger hier das ist ja 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 doch das könnten wir dann auch noch mit verbinden dass wir dann die Teile abklappern nebenbei noch müssen wir mal gucken auf jeden Fall nächste Folge wird im Grunde nichts gecraftet da ich im Grunde alles habe ich sollte vielleicht noch was zu trinken mitnehmen zweimal sollte reichen den Tag haben wir allerdings auch nicht mehr viel aber egal dann penne ich dann aber Leute wir machen es so aufgepasst wir machen es so wir starten in der nächsten Folge durch dann cutte ich ein bisschen in der Nacht und so das ist ein bisschen uninteressant aber in der Nacht werde ich mich trotzdem weiter bewegen und ja irgendwie so machen wir das dann gut Leute für heute wäre es das erstmal gewesen ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch recht herzlich da draußen fürs zu sehen wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich freuen wenn ihr einmal kurz auf den Daumen drückt und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag bleibt sexy und geschmeidig lasst euch nicht ärgern bis zum nächsten Mal Tschüss Sikowski bis zum nächsten Mal